In voller Absicht, betörend volle Jeans im Freien. Es ist Charlottes größtes Vergnügen und zugleich geheimlichster Fetisch, sich genüsslich die Hose voll zu machen. Nichts tönt sie so sehr an wie das Gefühl eines Haufens, der sich dabei warm und behaglich an ihre Haut schmiegt. Dieser Sommerabend hält ein solch betörendes Erlebnis bereit. Und sogar noch etwas mehr als gedacht. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de